Gabriel von Max Gabriel von Max investierte das Geld, welches er mit der Malerei verdiente, in seine außergewöhnliche Leidenschaft für die Anthropologie und Zoologie. Er war passionierter Forscher und besaß die größte Schädelsammlung seiner Zeit. Besonders am Herzen lagen ihm die Affen, welche ihm als lebendige Studienobjekte, aber auch als liebgewonnene Begleiter dienten. Er verbrachte so viel Zeit mit der Aufzucht von Affen, dass er zeitweise in seinem Münchner Gartenhaus eine kleine Affenherde mit bis zu 14 Tieren besaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017